Wir haben Radio Niederösterreich und wir stellen Ihnen jetzt neue Musik aus Niederösterreich vor, aus Böhmkirchen von Ralf Neil. Er ist ausgebildeter Lithograph und seit über 50 Jahren leidenschaftlicher Musiker. 1970 hat er mit 15 seine erste Band gegründet und bis heute liebt er es, die Menschen zu unterhalten. Zeithaben zum Leben heißt sein neues Album. Radio Niederösterreich, frisch gepresst. Da bin ich her. Geboren bin ich in Heimburg an der Donau in Waschächter Niederösterreich. Meine künstlerische Ader habe ich von... Mein Vater war dann bei Film und Drehaufnahme beim Franz Rantl und da kam ich schon langsam in diese Schiene hinein, Künstler sein zu wollen. Mein neues Album Zeithaben zum Leben. Ich wünsch dir Zeit, dich zu freuen und zu lachen. Dieses Album war mir wichtig, über die Zeit zu sprechen und über Liebe und über Zusammenhalt und Text ist das Wichtigste überhaupt für diese CD. Wurde arrangiert und geschrieben aus dem Herzen und der Seele, der Edith Aigner. Meine Lieder. Das Zeithaben zum Leben gehört schon zu den Favorites und Musik ist mein Leben. Was ich fühle, sagt mein Klavier. Aufgenommen habe ich das Album in... Aufgenommen habe ich es im Home-Recording-Studio selber bei mir. Nennt sich Nählaut Records, ist in Böhmkirchen. Alles in der Heimat natürlich. Und abgemischt haben wir es in Wien. Gemastert haben wir es bei Hofer Records in Deutschland. Hier ist Ralf Neil mit Was ich fühle vom neuen Album Zeithaben zum Leben. Radio Niederösterreich. Bei uns hören Sie es zuerst. Meine Musik ist mein Leben. Sie ist bei mir jederzeit. Hat mir schon so viel gegeben, trägt mich durch Freude und Leid. Trocknet die Tränen der Trauer mir, bringt mir die Freude. Trocknet die Tränen der Tränen der Tränen der Tränen der Tränen der Tränen. Also bis jetzt, wer in der Tränen der Tränen der Tränen der Tränen der Tränen der Tränen-Geb нос. Schenkt alle Tage mir Hoffnung. Zuversicht, Liebe und Glück Mach sich fühl, können Worte nichts sagen Darum sagt es dir heut, mein Flavin Es erzählt von glücklichen Tagen Sind diese beide jetzt auch nicht hier Jeder Turm ist ein Teil von mir In dieser schwierigen Zeit Doch mein Klavier, es regt mir zurück Erfolg, Liebe und Freiheit Was sich fühl, können Worte nichts sagen Darum sagt es dir heut, mein Klavier Es erzählt von glücklichen Tagen Sind diese leider jetzt auch nicht hier Oh, oh Untertitelung des ZDF, 2020